Hallo Leute, heute mal exklusiv ein kleiner Clip nur für YouTube. Mache ich ja normalerweise nicht, außer endlich Montag, das ist auch ein spezielles YouTube-Format. Aber ansonsten wird ja auf diesem Kanal MassengeschmackTV hier nur Material hochgeladen, was zuvor schon auf unserem Sender MassengeschmackTV gelaufen ist. Aber es handelt sich hier um ein spezielles YouTube-Thema, um das es mir geht. Und insofern, das ist den Abonnenten von MassengeschmackTV, glaube ich, eher egal. Und deswegen ist das jetzt nur eine Stellungnahme von mir, die ich hier speziell auf YouTube veröffentliche. Es geht um einen Beitrag, den ich gemacht habe für die FernsehkritikTV-Folge 232, die am 16. Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde auf MassengeschmackTV. Und es ist ja immer so, dass ich, wenn ich eine neue FernsehkritikTV-Folge veröffentliche, zeitgleich dann auch eine Passage daraus auf YouTube hochgeladen wird, frei für alle. Und das war in diesem Fall der Beitrag Hass ist sein Hobby, so habe ich ihn auf YouTube genannt. Und es ging in diesem Beitrag um eine Reportage mit dem Titel Hass ist ihr Hobby von Dennis Leifels, die auf dem Funkkanal Y-Kollektiv hochgeladen wurde und auch nach wie vor dort zu sehen ist und auch am 4. Juni im späten Abendprogramm des ersten deutschen Fernsehens gezeigt wurde. Dieser Beitrag ist von Anfang an auf YouTube nicht monetarisiert worden. Warum? Ganz einfach, ich habe ihn hochgeladen und sofort hat das Content-ID-System von YouTube hoch zugeschlagen, hat gesagt, Nutzung von Fremdmaterial, Monetarisierung nicht möglich. Das war auch überhaupt kein Problem. Um Geld verdienen geht es uns bei YouTube auch gar nicht, weil wir haben eh nur ein bisschen Werbeeinnahmen, weil das ist nicht unser Hauptsegment. Wir machen diesen YouTube-Kanal deshalb, um vor allem eine Art Zweitverwertung von Massengeschmack-TV zu machen, von unserem eigenen Sender und damit natürlich auch hier und da ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen für Massengeschmack-TV. Das ist klar, das ist der Hauptgrund, warum wir diesen YouTube-Kanal hier betreiben. Okay, zehn Tage nach der Veröffentlichung, am 26. Juni 2018, mittlerweile hat mein Beitrag, Hass ist sein Hobby, über 60.000 Abrufe gehabt und mehr als 1.000 Likes, ist dieser Beitrag dann gesperrt worden und zwar auf Antrag von Funk. So ist es dann auch gesagt worden. Dieser Beitrag ist nicht mehr abrufbar aufgrund einer Urheberrechtsverletzung von Funk, dem Netzwerk von ARD und ZDF. Ich habe daraufhin dann meinem Unmut insofern Luft gemacht, dass ich auf Twitter einen Tweet abgelassen habe, noch am selben Tag, mit dem Textinhalt, was ist nochmal Funk? Ach ja, unseriöse Dokus auf Kosten des Steuerzahlers drehen, in Klammern inklusive ungefragter Verwendung von Fremdmaterial und dann Videos sperren lassen, die sich wiederum kritisch damit auseinandersetzen. Wow, herzlichen Glückwunsch! Dieser Tweet hat auch für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Er hat mittlerweile auch fast 1.000 Likes und irgendwie über 300 Retweets oder irgendwie sowas und ist auch entsprechend dann anderswo thematisiert worden. Am selben Tag zum Beispiel noch bei dem YouTuber Herr Newstime. Herr Newstime ist ein relativ großer YouTuber. Er hat weit über 100.000 Abonnenten und seine Clips haben somit auch eine große Aufmerksamkeit. Herr Newstime ist auch selber involviert letztlich in die ganze Geschichte rund um diese Reportage Hass ist ihr Hobby. Warum? In seiner Sendung hatte er ja den Drachenlord interviewt und der Drachenlord hat ja am Rande die Behauptung aufgestellt, Dennis Leifels, der Macher dieser Reportage Hass ist ihr Hobby, sei selber ein Hater, der ihn regelmäßig belästigt habe. Und das ist natürlich eine höchst peinliche und pikante Angelegenheit, wenn jemand, der eine Pseudo-Betroffenheitsreportage macht, darüber, dass es Hater im Netz gibt, selber als Hater bezeichnet wird. Und darüber war Leifels entsprechend sauer. Er hat dann auch wiederum Herrn Newstime ein Interview gegeben und hat sich dagegen verwahrt und so weiter. Gut, das ist jetzt nur am Rande. Jedenfalls hat Herr Newstime dann auch wiederum darüber einen kurzen Clip gemacht, dass mein Beitrag auf YouTube gesperrt wurde. Dann gab es noch jetzt einen weiteren Beitrag auf YouTube und der ist eigentlich noch interessanter, nämlich von ClickZoom Social & Media. Der ist an diesem Mittwoch auf YouTube veröffentlicht worden. Und es geht hier noch einmal um diesen Sachverhalt, nämlich dass dieser Beitrag, den ich veröffentlicht habe, von Funk gesperrt wurde. Der junge Kollege, der das gemacht hat, Thomas Niemitsch, hat mich am 29. Juni, also am Sonntag, über Twitter angeschrieben und mich quasi über die Direct-Message-Funktion von Twitter interviewt. Er hat mir mehrere Fragen gestellt. Ich habe ihm darauf geantwortet. In seinem Beitrag zitiert er mich auch korrekt, um das gleich zu sagen. Er hat mir auch zu Beginn des Interviews ganz offen gesagt, dass er unter anderem auch für Funk tätig ist und dass das aber trotzdem kein Beitrag sein soll, der jetzt irgendwie Funk bevorzugen soll. Das war auch für mich vollkommen in Ordnung. Er hat vollkommen sauber gearbeitet. Und der Beitrag, den er gemacht hat, der ist auch weitestgehend journalistisch korrekt. Er hat sich nämlich sozusagen, ja, im Grunde sehr neutral verhalten in seinem Beitrag. Er hat eine Stellungnahme von Funk eingeholt zu der Sperrung meines Beitrags und er hat eine Stellungnahme von mir eingeholt. Er hat mich nicht komplett zitiert. Dazu komme ich gleich noch. Aber das ist auch nicht unbedingt nötig. Wenn man ein Interview führt und daraus nur irgendwelche Passagen nimmt, kann es immer sein, dass auch mal Teile wegfallen. Aber dazu komme ich gleich noch. So, was mich besonders erstaunt, ist eben die Stellungnahme von Funk, die hier also in dem Beitrag von Klicks von Social and Media zitiert wird. Weil da gibt es doch eine ganze Menge dazu zu sagen. Und ich bin wirklich erstaunt, auch die Kommentare, die ich da so lese unter dem Video, dass offenbar viele Leute hier in diesem Lande mit der Rechtslage nicht so richtig vertraut sind. Es ist so, dass ich in dem Beitrag Hass ist sein Hobby in der Tat große Teile dieses Beitrags bestückt habe, mit Originalmaterial aus der Funk-Reportage Hass ist ihr Hobby. Funk selbst will ausgerechnet haben, dass es ungefähr 70% gewesen sind. Ob das jetzt auf den Prozentpunkt genau stimmt, weiß ich nicht. Aber das kommt ungefähr hin. Ich mache das aber nicht, um irgendwie künstlichen Beitrag aufzufüllen oder sonst irgendwas. Sondern ich mache das deshalb, weil ich eben entsprechend die Passagen, die ich zeige, auch gleichzeitig kritisiere und entsprechend analysiere. Und wenn diese Reportage von Funk eben so viel Angriffsmaterial bietet und so viel aus meiner Sicht unseriöse Stellen hat, dann ist das eben so, dass in einem Beitrag, der inklusive Anmoderation ungefähr 13 Minuten lang ist, auch viel Material von dieser Funk-Reportage gezeigt werden muss. Ich habe mich ja an den einzelnen Punkten nach und nach abgearbeitet. Ich habe gezeigt, dass Dennis Leifels auf der einen Seite ganz betroffen ist, dass sozusagen der Drachenlord von Leuten belästigt wird. Er schleicht aber selber mit der Kamera ums Haus und macht genau dasselbe, was er anderen Leuten vorwirft. Ich habe gezeigt, wie er Dorian interviewt hat. Diese höchst peinliche Szene, wo Dorian ihn fragt, zahlst du? Und er sagt nein, was ich bis heute die unglaublichste Stelle in dieser Reportage finde. Und noch weitere Stellen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir hier jetzt über Urheberrechtsverletzungen sprechen, wie baue ich so eine Reportage auf und warum zeige ich bestimmte Ausschnitte und wie bereite ich sozusagen so einen Beitrag auf? Ich möchte dazu auch erstmal nochmal sagen, dass ich Fernsehkritik.tv seit mittlerweile elf Jahren mache. Und ich habe einige rechtliche Auseinandersetzungen gehabt, wie allgemein bekannt sein dürfte. Es ging dort aber immer oder fast immer um inhaltliche Dinge, dass ich angeblich Falschbehauptungen aufgestellt hätte, dass Leute sich verleumdet fühlten, wie zum Beispiel die Supernanny. Ich habe einmal auch eine Markenrechtsgeschichte gehabt mit RTL, das berühmte scheiß RTL-T-Shirt. Aber das ist Markenrecht und nicht Urheberrecht. In Sachen Urheberrecht habe ich in elf Jahren noch niemals eine rechtliche Auseinandersetzung gehabt. jegliche Versuche von Sendern, mir auf der Ebene zu kommen, sind immer schon vorzeitig von Gerichten gleich abgeblockt worden und gesagt worden, das ist vollkommen in Ordnung, keine Chance auf eine Klage. Und deswegen kann ich von meiner Seite sagen, ich bin mit der rechtlichen Situation sehr gut vertraut und all die Leute, die mir unterstellen, ich würde also hier einfach Material verwenden und würde also das Urheberrecht sozusagen noch und nöcher brechen, beziehungsweise das Zitatrecht wird ja gerne benutzt oder genommen als Begründung. Dann kann ich nur sagen, das sind Leute, die sich offensichtlich mit der Rechtslage nicht gut genug auskennen. Aber dazu werde ich jetzt gleich noch im Einzelnen kommen, um auch noch mal über die Rechtslage ein bisschen genauer zu referieren, damit auch mal Leute wissen, wovon wir überhaupt hier eigentlich reden und sich in Zukunft vielleicht denn doch mal besser informieren sollten. So, ich bin in diesem Beitrag von dem Tomasch von Click Social and Media zitiert worden, korrekt zitiert worden. Ich habe unter anderem angemerkt, dass Funk ja ein öffentlich-rechtlicher Kanal ist, also ein öffentlich-rechtliches Netzwerk ist und dass es deshalb ja nicht sein kann, dass sozusagen dieses Netzwerk Funk und all die Kanäle, die dort sozusagen laufen, dass die sozusagen gleich behandelt werden können, wenn es ums Urheberrecht geht, wie die Produktion eines privaten Medienkonzerns. Warum nicht? Ein privater Medienkonzern erwirtschaftet sein Geld und steckt sein Geld in solche Produktionen und ist natürlich nicht besonders erquickt darüber, wenn sozusagen einfach Material geklaut wird und zweitveröffentlicht wird. Bei Funk ist die Lage aber eine andere. Funk ist ein öffentlich-rechtliches Netzwerk, das heißt, dieses Netzwerk nimmt sein Geld aus öffentlichen Mitteln. Den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes wird das Geld zwangsweise abgenommen, ihnen wird mit Strafe gedroht, wenn sie nicht bezahlen und das heißt, Funk hat seine 45 Millionen Euro im Jahr auf jeden Fall. Selbst wenn alle Funk-Sendungen, alle Funk-Kanäle nur einen einzigen Abonnenten hätten oder null Abonnenten hätten und kein Mensch würde das gucken, würde Funk trotzdem die 45 Millionen Euro bekommen. Das heißt, Funk ist in keinster Weise von wirtschaftlichen Zwängen abhängig. Das ist ein ganz entscheidender, elementarer Unterschied dazu, dass zum Beispiel etwa ProSieben Sat.1 oder RTL Bertelsmann etwas hochladen würden oder auch was weiß ich andere private Produzenten, die auch für YouTube produzieren. Ich sage das nur noch mal einfach, um auch mal diesen Unterschied klarzumachen, dass es eben nicht dasselbe ist und ich habe in der Tat, ich bin ja auch zitiert worden dann, dass ich dieses Beispiel gebracht habe, dass ARD und ZDF ja immer gerne diese Parallele oder diese Analogie zu Straßenbau bringen, dass sie sagen, ja, jeder muss eben für ARD und ZDF bezahlen, weil es ist ja allgemein gut. Jeder Steuerzahler zahlt ja auch für den Bau und die Pflege von Straßen, obwohl nicht jeder Steuerzahler jede Straße benutzt. Ja, ist gut, akzeptiere ich, nur dann im Umkehrschluss bedeutet das, dass ich auch sozusagen das Material, was Funk produziert, als Rundfunk-Beitragszahler frei benutzen darf und da es keine Einschränkungen geben darf. Einschränkungen kann es vielleicht insofern geben, dass wenn ARD und ZDF bestimmte Lizenzen über einen büffesten Zeitraum begrenzt erwerben, zum Beispiel jetzt bei der WM 2018 oder das ZDF hat vor kurzem Jurassic World in Free-TV-Premiere gezeigt, dass das natürlich klar ist, dass solche Sachen nicht einfach benutzt werden können, weil hier natürlich eine Lizenz eingekauft wurde und es sich nicht um eine Eigenproduktion von ARD und ZDF handelt. Bei der Reportage Hass ist ihr Hobby, es ist aber was anderes, es ist eine Eigenproduktion des Kanals Y-Kollektiv und dieser Kanal Y-Kollektiv wird aus allgemeinen Mitteln finanziert, die nicht erwirtschaftet worden sind und deswegen sage ich noch mal, dann ist es auch allgemein gut. Aber das habe ich eigentlich nur eher so am Rande erwähnt, weil selbst wenn es sich um Material von RTL oder von Sat.1 gehandelt hätte oder von einem privaten Produzenten nicht von einem öffentlich-rechtlichen, selbst dann wäre ich ja im Recht mit meinem Beitrag und dazu komme ich jetzt noch. Es ist ja so, es wird hier immer andauernd das sogenannte Zitatrecht angeführt. Das Zitatrecht spielt hier aber eigentlich überhaupt keine Rolle. Das habe ich übrigens auch dem Thomas Niemitsch gesagt. Diese Passage hat er aber nicht erwähnt. Er hat die nicht zitiert. Gut, das ist eine freie Entscheidung als Journalist, was er davon benutzt und was er nicht benutzt. Es wäre aber hilfreich gewesen, zumindest das kurz zu erwähnen, dass ich das gesagt habe, weil ja Funk in seiner Stellungnahme auch vom Zitatrecht spricht, obwohl das Zitatrecht überhaupt keine Rolle spielt in dem Zusammenhang. Ich habe dem Thomas gesagt, es greift ja auch nicht das Zitatrecht, sondern zum Beispiel das Kalkoferurteil des Bundesgerichtshofs, das eindeutig sagt, dass die Länge der verwendeten Aufsinnte unerheblich ist, solange ein eigenständiges Werk entstanden ist. Dies ist bei mir der Fall. Im Übrigen mache ich meine Sendung jetzt seit elf Jahren so und jeder Versuch, mir vor Gericht mit Urheberrecht zu kommen, scheiterte. Leider interessiert sich YouTube für Gesetze nicht, sondern sperrt nach gut dünken. Gut, den zweiten Teil habe ich ja gerade schon selbst nochmal gesagt, aber das Kalkoferurteil, das ist nämlich das ganz entscheidende Urteil, das hier eine Rolle spielt und eben nicht das Zitatrecht. Warum? Das Zitatrecht bezieht sich in erster Linie darauf, auf die Frage, wie viel, wie lang darf zum Beispiel ein Aufschnitt sein, den ich aus einem Musikstück verwende, ohne dass ich damit sozusagen das Urheberrecht des Komponisten verletze? Oder wie lang darf ein Aufschnitt sein aus einem Spielfilm, den ich zeige, ohne das Urheberrecht der Produzenten dieses Spielfilms zu verletzen? Solche Dinge werden im Zitatrecht geregelt. Es geht im Zitatrecht gar nicht in erster Linie um Dokumentation oder Reportagen oder eine journalistische Auseinandersetzung mit irgendwie solchen Sachen. Das spielt dort eigentlich nur am Rande eine Rolle. Das Kalkoferurteil ist dabei ein viel entscheidenderes. Was sagt dieses Urteil genau aus? Jeder kennt Kalkofer's Mattscheibe, eine Sendung, die seit über 20 Jahren mittlerweile schon im Fernsehen läuft. Und Kalkofer hat sich damals über die RTL-Sendung Der Preis ist heiß lustig gemacht. Und er hat, wie das so seine Art ist, dann Original-Ausschnitte aus Der Preis ist heiß gezeigt. Und die Produktionsfirma Brainpool, nee, Brainpool waren es glaube ich nicht, das war das andere, das ist da so komme ich gleich, sondern es war die Produktionsfirma von, Grundy war es, genau, Grundy. Die haben dann eben geklagt und dann gab es einmal vom Landgericht, hat irgendwie einmal die Kalkofer-Fraktion Recht bekommen, vom Oberlandesgericht, hat dann wiederum Grundy Recht bekommen und dann ging es halt vom Bundesgerichtshof und da hat wiederum die Kalkofer-Fraktion Recht bekommen. Und ich zitiere mal zwei Stellen aus diesem Kalkofer-Urteil und die sind das Entscheidende dafür, dass ich auch sagen kann, darauf kann ich mich genauso berufen. Eine freie Benutzung geschützter Laufbilder aus einer Fernsehshow kann auch dann anzunehmen sein, wenn diese unverändert in eine Satire auf diese Show übernommen werden. Dabei kommt es über die Anforderungen des Paragrafen 24 Urheberrechtsgesetz hinaus nicht darauf an, ob die Übernahmen erforderlich sind. Und dann gibt es noch den Punkt, bei der Beurteilung einer Satire als selbstständiges Werk ist es unerheblich, wie das Gelingen oder die inhaltliche Tendenz der darin gestalteten Kritik gewertet werden kann. Nun werden wahrscheinlich einige auftreten und sagen, wieso, dein Beitrag ist doch überhaupt keine Satire. Das ist aber eben doch der Fall, denn wenn man Fernsehkritik TV kennt, das beteiligt sich selber als satirisch kritisches Magazin, und wenn man vor allem auch diesen Beitrag gesehen hat, dann ist dieser Beitrag immer wieder auch mit Spitzen versehen, mit kreativen Wortschöpfungen meinerseits. Ich mache mich über es ist ja ein Beitrag, der ja sozusagen in weiten Teilen eher eine spitze Kritik oder eine Spitze gegen Funk ist und gegen diesen Herrn Leifels ist. Und deswegen ist es natürlich klar, dass es sich hier auch um einen satirischen Beitrag handelt, weil der Drachenlord selber mit dem, was er so tut, das ist ja auch Realsatire, genau wie das, was da vor seinem Haus alles stattfindet. Insofern passt das hier natürlich sehr gut. Im Übrigen ist zwar beim Kalkhof-Urteil von Satire die Rede, es ist aber eben auch anwendbar generell auf alle möglichen Beiträge dieser Art, weil hier ist auch immer wieder Bestätigung des Urteils mittlerweile gegeben hat. Der entscheidende Punkt ist, man darf es nicht verwechseln mit dem TV-Total-Urteils des Bundesgerichtshofs, denn ARD und ZDF verweisen immer gerne auf das Urteil, weil in dem Urteil haben sie Recht bekommen. Was ist der Unterschied? Bei dem TV-Total-Urteil des Bundesgerichtshofs ist es so, dass damals Stefan Raab in TV-Total auch Originalsequenzen eines Beitrags aus dem Hessischen Rundfunk genommen hat. In diesem Beitrag des Hessischen Rundfunks ist eine Umfrage gemacht worden auf der Straße, wo Leute auf eine ganz schräge Art und Weise irgendwas singen mussten. Es war jedenfalls so, dass diese Umfrage von vornherein vom Hessischen Rundfunk schon als witzig und humoristisch angelegt war. Stefan Raab hat dann diesen Aufstehen in TV-Total gezeigt, hat diese Umfrage gezeigt und hat gesagt, guckt mal Leute, wie lustig und dann ist es gelaufen. Das geht natürlich nicht. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, sozusagen eine reine Übernahme dieser Originalsequenz nach dem Motto, die war lustig gemeint, jetzt belustigen wir unsere Zuschauer auch noch weiter mit Klammer auf und machen damit sozusagen Kasse über die Werbeeinnahmen zu. Und das geht natürlich nicht. Raab hätte es anders machen müssen. hätte sagen müssen in seiner Anmoderation gucken Sie sich mal an Leute, was der Hessische Rundfunk für einen Quatsch von Gebührengeldern dreht. So, der hätte diese Umfrage zeigen müssen. Dann hätte man trotzdem über die Umfrage lachen können, hätte aber einen Kontext gehabt, weil Raab dann sozusagen das Ganze mit einem kritischen Kommentar versehen hätte. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Entscheidend ist eben nicht einfach nur zu sagen, es gibt hier eine Urheberrechtsverletzung, sondern entscheidend ist, dass das Material, was ich verwende und benutze, dass dieses Material deshalb verwendet wird, weil ich sozusagen mich kritisch daran abarbeite. Und das ist ja auch noch eben ganz entscheidend, weil hier im Kalkhof-Urteil ja auch noch etwas ganz Entscheidendes gesagt wird, was ich auch noch kurz zitieren kann. Dies gilt vor allem dann, wenn sich das neue Werk mit der benutzten Vorlage kritisch auseinandersetzt, wie dies etwa bei einer Parodie, aber auch auf die der vorlagebezogenen Satire der Fall ist. Entscheidend ist auch in einem solchen Fall, ob das neue Werk zu dem aus der Vorlage Entlehnenden einen so großen inneren Abstand hält, dass es seinem Wesen nach als selbstständig anzusehen ist. Ein solcher innerer Abstand kann sich auch aus einer Auseinandersetzung mit dem urheberrechtsfreien Inhalt und der Wenn klar wird, dass mein Beitrag einen so großen inneren Abstand zu dem Original hat, indem ich nämlich das scharf kritisiere und sage, liebe Leute, guckt es euch mal an, was wir für eine Reportage gedreht haben und ich kommentiere das entsprechend und arbeite das entsprechend auf, dann handelt es sich hier um ein neues eigenständiges Werk und dann haben wir eben keine Urheberrechtsverletzung und mit dem Zitatrecht hat das alles auch nichts zu tun. Das heißt hier, ich bin ganz klar rechtlich auf der sicheren Seite mit meinem Beitrag und deswegen ist es hochinteressant, dass hier immer wieder die Dinge durcheinander gebracht werden und hier ein Zitatrecht zitiert wird, das übrigens auch keine Vorgabe macht, wie viel letztendlich prozentual verwendet werden darf. Auch das Zitatrecht lässt es eigentlich weitgehend offen, aber das Zitatrecht alleine, wenn es nur das gäbe, ohne solche BGH-Urteile und ohne weitere Rechtsprechung, das wäre in der Tat dann für mich sehr dünnes Eis, aber ich habe ja gerade erklärt, dass es hier auch noch diverse Urteile mehr gibt. So, ich möchte noch kurz auf ein paar Funkeinlassungen eingehen, die in diesem Klicksum-Beitrag genannt werden. Es wurde sich an die Funk-Pressestelle gewandt und die haben sich dann eben dazu geäußert. Ein erstes Zitat von Funk lautet folgendermaßen Grundsätzlich kommt es nur zu einem Strike, wenn eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Ausschnitte aus unseren Videos verwendet werden, ohne dass die Verwendung von uns gestattet wurde oder die Grenzen des Zitatsrechts beachtet sind. Also hier, wenn man jetzt noch mal sieht, das in Erinnerung ruft, was ich gerade schon erzählt habe, ist das natürlich schon mal rechtlich vollkommener Unfug, der hier gesagt wird, weil, wie gesagt, es liegt keine Urheberrechtsverletzung vor und das Zitatrecht spielt hier überhaupt keine Rolle in dem Zusammenhang. Trotzdem wird von der Pressestelle ein solches Statement rausgehauen, so als sei das sozusagen rechtlich wasserdicht, was natürlich völliger Unsinn ist. Übrigens gab es keinen Strike, um das auch noch zu sagen. Es gab zwar die Sperrung des Clips auf YouTube, das ist richtig, aber es gab keinen Strike. Unser Kanal ist zum Glück zur Zeit Strike-frei, insofern, das hat es nicht gegeben, um das auch nochmal klarzustellen. Interessant finde ich natürlich, dass gesagt wird, die Aufsätze dürfen nur verwendet werden, wenn die Verwendung von uns gestattet wurde. Ja, glaubt denn jemand ernsthaft, dass wenn ich sage, hallo Leute, ich möchte einen kritischen Beitrag über die Reportage Hass ist ihr Hobby machen, darf ich das, dass die denn sagen würden, ja klar, gerne, mach das doch, dann würden die sagen, nein, dürfen sie nicht, ist doch klar. Wenn ich sozusagen mich kritisch auseinandersetze mit einer Sendung oder mit einem Film oder was auch immer, dann kann ich ja nicht erst um Erlaubnis fragen, ob ich das darf, das ist ja völlig absurd. Also auch dieser Teil des Statements ist vollkommen bescheuert. So, ja, wie gesagt, es wird ja gesagt, 70% meines Beitrags stammen von dieser Funk-Reportage und ich habe ja auch dazu auch schon gesagt, dass ich deshalb 70% des Beitrags damit füllen musste, weil es eben so viel Kritikwürdiges in dieser Reportage gibt. Es ergibt sich nicht daraus, dass ich auf Biegen und Brechen viel Material verwenden wollte, sondern dass die Reportage von Dennis Leifels einfach so kritikwürdig ist und so ein Maß und eine ganze Latte an kritikwürdigen Momenten hat. Und deswegen habe ich mich halt daran abgearbeitet. Dann kommt man eben schnell auf 70%, das ist doch klar. Es gibt noch ein zweites Statement dann in diesem Beitrag von Klickzoom, der da lautet, also von Funk, als öffentlich-rechtliche Institution achten wir darauf, dass andere nicht durch die Nutzung unseres Materials Reichweite aufbauen, kommerziell daran verdienen. Also zunächst einmal geht es nicht darum, dass ich mir Reichweite aufbaue, ich habe bereits Reichweite, ich bin nicht darauf angewiesen, dass Funk mir Reichweite verschafft, also wahrlich nicht. Da lege ich auch keinen Wert drauf. und ich verdiene nicht mein Geld an dem Video von Dennis Leifels oder an dieser Funk-Reportage, sondern ich verdiene mein Geld damit, dass ich diesen Beitrag nachrecherchiere und dann entsprechend Kritikpunkte dazu äußere. Ich mache mir also die Arbeit, diese ganze Reportage aufzuarbeiten und zu kritisieren. Das ist die Arbeit, die ich habe und damit verdiene ich mein Geld. Das ist eine ganz normale journalistische Arbeit. Oder wollte Funk sozusagen jetzt ernsthaft behaupten, dass jegliche Kritik an irgendwas immer auch gleichzeitig bedeutet, dass derjenige das, was er kritisiert oder mit dem, was er kritisiert, Geld verdienen will. Also mit dem Original, was er kritisiert. Das ist ja völliger Unsinn. Also die Behauptung von Funk zu sagen, wir sind eine öffentlich-rechtliche Institution und wir haben sehr genau darauf zu achten, dass mit unserem Material andere nicht kommerziell Geld verdienen. Das ist wirklich eine solche Dreistigkeit, die kann ich gar nicht in Worte fassen. Also, wir sollten uns erst mal Folgendes klar machen. Das ist schon deshalb alles völlig absurd, weil Funk ist ein Netzwerk auf YouTube. Funk verschafft sozusagen dem Netzwerk, dem privaten Weltkonzern YouTube Reichweite und Inhalt mit öffentlich-rechtlichen Mitteln. Das allein schon ist ein Beitrag zu einer extremen Kommerzialisierung und das mit öffentlich-rechtlichen Geldern. Ich habe ja nun oft genug kritisiert, dass Funk auf YouTube sein Programm macht. Normalerweise müsste es, wenn überhaupt, ein eigenes öffentlich-rechtliches Portal geben, eine Art öffentlich-rechtliche Mediathek, wo dann diese Funk-Inhalte werbefrei gezeigt werden. Aber das geschieht ja nicht. Und es ist ja auch teilweise so, dass Funk sich in kommerzielle Kanäle eingekauft hat. Zum Beispiel die Rocket Beans. Rocket Beans sind ein rein kommerzielles Unternehmen. machen aber einmal die Woche mit Funk-Geld die Sendung Game 2. Das heißt, die Rocket Beans haben eine mit Funk-Geldern hochwertige Sendung im Programm, die mit öffentlich-rechtlichem Geld finanziert wird und haben damit gleichzeitig auch wiederum einen Prestige-Gewinn für ihren eigenen kommerziellen Sender Rocket Beans. Das nur als ein Beispiel. Also das ist keine Kritik an den Rocket Beans. Es ist vollkommen in Ordnung, dass sie es machen. Also viele Grüße an Budi und Co. Aber es ist ja einfach so, dass natürlich die Rocket Beans wiederum als kommerzieller Sender davon partizipieren, dass sie mit Funk-Geldern eine so hochwertige Sendung wie Game 2 jede Woche machen können. Oder auch Worldwide Wohnzimmer. Die haben ja auch schon bereits sich merkwürdigerweise geäußert unter diesem Klicks-Kommentar und haben von rechtlichen Dingen überhaupt keine Ahnung, aber meinen sich äußern zu müssen. Die haben regelmäßig in ihrer Sendung YouTuber zu Gast und machen reine Werbung für die. Und das heißt, sie bringen sogar YouTuber in Reichweite mit ihrer öffentlich-rechtlichen Sendung Worldwide Wohnzimmer, was auch eine reine Kommerzgeschichte ist. Und da gibt es noch diverse Beispiele mehr. Das heißt, wenn Funk es offenbar nicht besonders ernst nimmt mit dem Kommerziellen, dann ist es doch ein Treppenwitz, wenn ausgerechnet hier jetzt in meinem Fall angeblich so genau und fein darauf geachtet wird, dass man ja jetzt nicht irgendwie in der Kommerzialisierung das Wort redet, weil es sind ja öffentlich-rechtliche Inhalte. Also das ist ja im Grunde der ganze Witz an der Geschichte, dass die Öffentlich-Rechtlichen immer dann öffentlich-rechtlich sind, wenn es um Urheberrecht geht und solche Dinge geht, aber wenn es dann plötzlich darum geht, oder wenn es auch ums Geld geht, nach dem Motto, wir sind ja allgemein gut und alle müssen für uns bezahlen, wir sind für die Demokratie da, Demokratieabgabe, ohne uns wäre die Demokratie in Gefahr, bla bla bla, aber wenn es dann plötzlich ums kanalharte Geldverdienen geht, oder wenn es darum geht, eben zum Beispiel Inhalte zu sperren, dann ist man plötzlich angeblich sowas wie ein privater Medienkonzern und ist plötzlich nicht mehr öffentlich-rechtlich. Also das ist schon wirklich absurd, was hier passiert und insofern bleibt mir letztendlich nur zu sagen, dass ich mich jedenfalls vollkommen im Recht sehe mit meinem Beitrag, den ich gemacht habe und Funk hier völlig zu Unrecht und ohne jede rechtliche Grundlage diesen Beitrag hat sperren lassen. Und deswegen habe ich auch einen Spruch gegen diese Sperrung eingelegt. Funk hat jetzt 30 Tage Zeit, sich dazu zu äußern. Sie sind verpflichtet, sich zu äußern. Wenn sie das nicht tun, wird mein Beitrag automatisch wieder freigeschaltet. Und wir werden dann ja mal sehen, wie Funk sich äußert und wie Funk meint, sich denn jetzt auf diese Argumente stützen zu können. Und ich behalte mir natürlich weitere rechtliche Schritte dann vor. Wenn Funk das unbedingt möchte und diese Auseinandersetzung vor aller Öffentlichkeit mit mir führen möchte, dann können sie das gerne tun. Das soll mir durchaus recht sein. Der Thomas hat in seinem Klick-Zum-Beitrag am Ende noch gesagt, weil ich ja auch ihm gesagt habe, dass ich gar kein Geld verdient habe mit meinem Beitrag auf YouTube. Ja, der Beitrag befindet sich ja auf Massengeschmack hinter einer Bezahlschranke. Das ist richtig. Das Original, die komplette Sendung Fernsehkritik-TV ist hinter einer Bezahlschranke. Der Beitrag selber ist aber von Anfang an, von Tag eins an auf YouTube frei für alle zu sehen gewesen. Und da ich jetzt nicht sozusagen Leute dazu aufrufen möchte, extra dafür ein Abo abzuschließen, um diesen Beitrag sich anzuschauen, habe ich ihn zum Download auf unserem Server jetzt gepackt und der Download-Link befindet sich im Infotext. Also jeder, der möchte, kann sich diesen Beitrag anschauen und es ist ein Download, das heißt, ich verdiene auch mit diesem Download gar nichts, ich stelle den Beitrag einfach nur zur Verfügung, damit ihn jeder sich angucken kann, der sich selbst ein Bild machen möchte. Das war's dazu, das war das, was ich sagen wollte, schöne Woche noch und bis bald mal wieder. Bis zum nächsten Mal.